Einen wundervollen guten Tag ihr Lieben und herzlich Willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, eine interessante Woche geht dem Ende entgegen. Die wichtigsten Neuigkeiten habe ich für euch rausgesucht und wir werden heute auch nochmal über die Thematik um BitBoy, Crypto und Ben Armstrong sprechen. Für all diejenigen, die das interessiert, werde ich im Anschluss an dieses Video hier nochmal ein weiteres Video aufnehmen und zwar eine Reaction auf sein doch sehr emotionales Statement zu der ganzen Thematik. Er wird auch über diese ganzen Vorwürfe sprechen bezüglich Drogen und so weiter und er wird da etwas klarer. Also für all diejenigen von euch, für die das interessant ist, schaut euch das Video gerne im Nachgang nochmal an. Ich werde das separat aufnehmen und auch gleich hochladen. Ja, starten wir aber direkt mal rein mit dem aktuellen Stand der Dinge. Bitcoin bei 25.900 Dollar und ja, der Vollmond hat wieder richtig ausgespielt, wie von uns antizipiert an Vollmond. Das Tief, das wir erleben durften in den letzten zwei Wochen und ja, es sieht ganz danach aus, als würden wir jetzt zumindest einigermaßen Stabilisierung finden. Obwohl, ich habe schon Charts gesehen wie den hier beim Crypto Talk hier, Bitcoin 2-Tages-Chart. Da gehen viele schon davon aus, dass jetzt aufgrund von Elliott-Waves oder sonstigen Theorien der Kurs jetzt wahrscheinlich nochmal ordentlich droppt. Das sehe ich hier irgendwie um die, wir machen es mal größer, um die 21.000 Dollar, also auf die 61,8, also auf das Retracement hier. Ob es wirklich so kommt, natürlich eine schwierige Frage. Ich persönlich glaube eher nicht, obwohl es sehr wohl einige Vorzeichen gibt, die sehr bearish sind. So zum Beispiel die generelle Situation im September. Wir hatten bereits im letzten Livestream darüber gesprochen. Der September hat rein statistisch gesehen immer ein schlechter Monat gewesen in den letzten Jahren für Krypto. Mal mehr, mal weniger. Im letzten Jahr zum Beispiel war es sehr überschaubar, wie sehr wir da Minus waren. Aber alles an einem sehen wir schon, dass der September meistens nicht besonders positiv ist. Woran mag das liegen? Da kann man natürlich nur spekulieren. Aber vielleicht muss nochmal die Energie aus dem Markt gesogen werden, damit dann das vierte Quartal, sprich Oktober, November und Dezember richtig eskalieren. Und da seht ihr gerade, der Oktober ist wiederum sehr bullisch. Also wir dürfen uns ordentlich vorbereiten. Ich bin sehr gespannt. Rein astrologisch sind wir jetzt auch gerade kurz vor der zweiten Hälfte des rückläufigen Merkurs. Es ist mal wieder so eine bestimmte Phase im Markt und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt ab dem 4. September ausspielt. Falls du dich dafür interessierst, komm doch gerne bei Patreon vorbei. Dort gibt es jeden Monat mindestens ein Coin-Scouting-Update und auch viele weitere Updates. Egal was die generelle Marktentwicklung und die Charts betrifft, als auch eben so den Zwischentalk. Wir haben da eine spezielle Telegram-Gruppe, wo wir uns jeden Tag intensiv austauschen. Also du bist herzlich willkommen. Link dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Die Woche war generell etwas ruhiger. Ein paar News habe ich dennoch für euch. Zum einen, Ethereum-Staking erreicht neues Altsat hoch. On-Chain-Daten zufolge sind immer weniger Coins, also immer weniger Ether auf den Börsen, was sehr gut ist. Gleichzeitig werden immer mehr gestaked, was denn auch den Preis ordentlich stabilisiert. Übrigens habe ich mal vor einiger Zeit die Frage gestellt bekommen, warum Ethereum eigentlich fast genauso stabil ist wie Bitcoin. Das wird sicherlich einer der Gründe sein, weil eben momentan sehr viele Leute, gerade auch größere Investoren, Ethereum staken. Und das Staking sorgt natürlich dafür, dass die Ether versperrt sind. Das heißt, man kriegt die Rewards nur dann, wenn man eben bereit ist, seine Ether für einen gewissen Zeitraum zu versperren und eben vom Markt zu nehmen. Und da Ethereum wahrscheinlich das attraktivste Staking-Projekt ist, allein aufgrund seiner Platzierung bei CoinMarketCap, wird das sicherlich einer der Faktoren sein. Coinbase-Nutzer können Krypto bei PayPal kaufen. Das fand ich auch noch richtig spannend. Die größte Kryptobörse der USA führt eine neue Zahlungsfunktion auf ihrer Plattform ein. Von nun an soll es Nutzern in Deutschland und Großbritannien möglich sein, ihre Kryptowährung via PayPal zu kaufen, also zu bezahlen. Was generell bald die Möglichkeit gibt, ganz einfach über eine PayPal-Kryptos zu kaufen, gilt abzuwarten. In den USA soll es auf jeden Fall möglich sein. Und auch über die PayPal-Aktie hatten wir im letzten Coinscouting gesprochen. Von daher glaube ich, wieder ein weiterer Lichtblick für PayPal. Das könnte auf jeden Fall vielleicht nochmal die momentan doch Schieflage, die sie haben, wieder in die richtige Richtung bringen. Und es wird glaube ich auch immer offensichtlicher, warum Binance US so hart angegangen wurde. Man hat einfach mal einen direkten, wichtigen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Und auch für Coinbase scheint jetzt wirklich der rote Teppich ausgerollt zu sein in den USA. Und sie sind nun tatsächlich und wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit die größte Kryptobörse in den USA. FTX ist vom Markt gefickt. Binance ist aufgrund der Regularien vom Markt gefickt worden. Also auch Coinbase scheint sehr gut vorbereitet zu sein für die nächsten Bullwarn. Elon Musk bereitet Kryptozahlungen auf X vor. Elon Musk macht ernst aus Gerüchten um eine Integration von Kryptowährungen. Es gab ja von Anfang an, als die Plattform eröffnet wurde, direkt das Dementi, dass es keine eigene Kryptowährung geben wird. Aber er hat auf jeden Fall jetzt die Lizenzen bekommen. Die Genehmigung des US-Bundesstaats Rhode Island erlaubt es der Plattform nun, Kryptowährungen und andere digitale Assets zu speichern, übertragen oder zu tauschen. Und das wird nochmal rein spekulativ sehr, sehr interessant, denn Stellar Lumens hat einen sehr interessanten Beitrag gebracht auf X, den wir uns gleich direkt anschauen werden. Lufthansa startet NFT Treuepunkte. Das hatte ich euch schon im letzten Livestream erzählt. Mit der neuen App Uptrip soll es jetzt möglich sein, dass man NFT sammeln kann, entweder durch den Kauf von irgendwelchen Tickets, die man sich holt oder sonstigen Dingen, die man so kaufen kann. Dafür gibt es eine gewisse Kollektion und die wiederum sollen dann irgendwie Vorteile haben, wie man kann den Meerflieger meilen oder sonstiges damit irgendwie bekommen. Auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt nicht, weil jeder das jetzt extrem nutzen wird, aber es zeigt auf jeden Fall, wie die großen Player da draußen Stück für Stück immer mehr so kleine Pilotprojekte wagen und das Ganze zumindest erstmal im kleinen Rahmen ausprobieren. Auch hier sehen wir wieder, warum ich Polygon sehr weit vorne sehe. Polygon halt teilweise doch wirklich die erste Wahl als Second Layer, was die Unternehmen betrifft. Viele der Unternehmen wollen aufgrund der teuren Transaktionsgebühr und so weiter nicht unbedingt direkt auf Ethereum arbeiten, sondern auf eine Layer 2 ausweichen. Und Polygon scheint die Anlaufstelle zu sein. Daher auch zumindest was CoinMarketCap betrifft die Nummer 1 der Second Layer. Die Karten mögen sicherlich schnell auch immer neu gemischt werden. Aber zumindest Stand heute scheint Polygon auf jeden Fall der gefragte Second Layer zu sein. Und das war die Neuigkeit der Woche. Grayscale gewinnt gegen SEC. Der Vermögensverwalter Grayscale hat gegen die SEC einen Etappensieg erringen können. Nach dem jüngsten Urteil eines Berufungsgerichts in den USA sei der Antrag auf einen Bitcoin-ETF von der SEC zu Unrecht abgewiesen worden. Die letztendliche Zulassung eines Bitcoin-ETF in den USA bleibt jedoch ungewiss. Kurzweilig konnte der Kurs steigen, aber es war einfach rein charttechnisch gesehen eher ein Fake-Out. Und ganz generell hat sich die SEC auch diese Woche dazu geäußert, dass selbst die Blackrock-Geschichte der ETF ins nächste Jahr transportiert werden sollen. Dass also erst im nächsten Jahr, wenn überhaupt, ein solcher Spot-ETF widerspruchreif werden kann. Ja, dann habe ich euch gerade schon geteasert. Stellar hat sich mal wieder zu Wort geäußert. Zum einen steht ihre Großveranstaltung Meridian kurz bevor. Diese Veranstaltung findet zwischen dem 26. und 28. September hier in Europa statt. Und zwar genau genommen in Madrid, in Spanien. Und dort werden zahlreiche Speaker anwesend sein. Also falls ihr zufällig gerade in Spanien Urlaub macht oder vielleicht sowieso schon in der Nähe seid. Oder Bock habt einfach mal kurz in den Flieger zu steigen. Ich glaube es gibt ja noch Tickets, dass man dabei sein kann. Und dann könnt ihr euch ja gerne mal geben, was die Speaker so von sich geben. Was ich ganz interessant fand, normalerweise ist Stellar ja immer eher etwas zurückhaltender. Aber jetzt hauen sie auch mal einen raus. Something cool is dropping in 10 days. Get ready to gear up for a change. That's got us all excited. Stay curious. Also etwas cooles, wir hätten in den nächsten 10 Tagen gedroppt. Und hier beginnt auch der Countdown mit 10. Bin mal gespannt. Jetzt ist es 16 Uhr und etwa. Mal sehen, ob sie um 18 Uhr dann die 9 raushauen. Also quasi ein Countdown. Seid bereit für den nächsten Wandel. Wir sind sehr aufgeregt und seid gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da so kommt. Und parallel dazu habe ich ja bereits ein Verschwörungsvideo bei Patreon gemacht. Das blende ich euch ja auch mal ein. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Zwar ein bisschen off-topic. Und sicherlich nicht für jedermann. Aber ich weiß, einige von euch sind sehr tief interessiert in dem ganzen Thema. Und von daher habe ich dazu ein wirklich umfangreiches Video gemacht, wo ich wirklich mal so ein Deep Dive mache in die ganze Thematik um die einzelnen Akteure. Und eben auch um Stellar Lumens, um XLM und die ganzen Hintergründe dabei. Also falls du Interesse daran hast, schaust dir gerne an. Unter anderem spekuliere ich zum Beispiel auch darauf, dass XLM vielleicht der auserwählte Coin sein wird. Hier auf der Plattform X. Würde ja an sich ganz gut passen. X und XLM. Aber zu schön wäre es so wahr zu sein. Gilt natürlich abzuwarten. Aber wer weiß. Zehn Tage, dann wissen wir zumindest mal, was mit diesem Announce mit dir geplant ist. Ja, für alle, die es tiefgründiger interessiert, habe ich nochmal einen ganzen Artikel für euch hier rausgesucht. Da geht es auch nochmal darum, dass Elon Musk X jetzt Lizenzen hat, um Kryptowährungen einzuführen. Auch das passt zeittechnisch ja ganz gut. Wir werden mal abwarten. Kommen wir jetzt aber mal zu Ripple XRP, denn dort gab es zumindest einige kleine Neuigkeiten. Ripple-Anwälte bringen Argumente gegen SEC-Berufungen im XRP-Prozess vor. Das Anwaltsteam von Ripple ist der Ansicht, dass die beantragte Berufung der SEC keine Rechtsgrundlage hat und nur aus reiner Unzufriedenheit mit dem vorläufigen Urteil im Verfahren von XRP entspringt. Wie aus einem entsprechenden Antrag vom 1. September an das Bezirksgericht des südlichen Bezirks New York hervorgeht, sind die Ripple-Anwälte der Ansicht, dass die Gründe der SEC für eine Berufung im Wesentlichen, auf deren Unzufriedenheit mit der Entscheidung beruhen, dass die XRP-Verkäufe im Sekundärmarkt, also die an Kleinanleger, eben nicht als Wertpapiere eingestuft wurden. Die Anwälte sind keine außergewöhnlichen Umstände, die für eine derartige einstweilige Verfügung erforderlich sind, weshalb sie das Gericht auffordern, sowohl den Antrag auf Berufung als auch das Aussetzen des Verfahrens abzulehnen. Denn die SEC hat nicht einmal versucht, den Mindeststandard für eine Aussetzung zu erfüllen, selbst nachdem die einzelnen Beklagten in ihrem Schreiben vor dem Antrag auf dieses Versäumnis hingewiesen haben. Ja, die Never-Ending-Story geht also in die nächste Etappe. Aber ich glaube, Annalisa Torres hat doch bereits diese Berufung oder diesen Berufungsantrag akzeptiert, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat das soweit akzeptiert. Mal sehen, ob die Ripple-Anwälte da irgendwas bewirken können. Aber ich glaube auch, dass diese Berufung schon aus der Unzufriedenheit herauskommt. Wir sehen aber, dass die SEC momentan viele Klatschen kassiert, zuletzt eben auch gegen Grayscale. Also, wer weiß, vielleicht wird auch hier schnell eine positive Wende kommen. Und da geht die nächste Verschwörungstheorie los, denn Ripple hat eine krasse Party angekündigt. Und zwar, wer ist bereit für die Riesenparty? Die Registrierung für die von Ripple veranstaltete Community-Feier am 29. September in New York City ist jetzt möglich. Reservieren Sie sich Ihren Platz. Ich habe direkt mal aufgeklickt, wollte mal wissen, was sowas kostet, beziehungsweise ob es überhaupt was kostet. Und die Tickets sind in der ersten Runde jetzt erstmal ausverkauft. Und ich habe geschaut, das Ganze ist for free. Das heißt, jeder, der dabei sein möchte, könnte auch dabei sein, wenn die Karten nicht schon weg wären. Ansonsten, schon ein bisschen dubios, ja. Also, wir wissen hier, dass der Gerichtsprozess ja generell in New York City stattfindet. Und die wollen jetzt, obwohl sie aus San Francisco kommen, auch in New York City die Veranstaltung machen. Allerdings haben sie hier schon geschrieben, warum diese Location. Es ist ein ganz guter Anlaufpunkt, weil da eben viele Flugzeuge landen können, wegen dem Flughafen und der ganzen Infrastruktur. Aber weil eben auch schon eine große Krypto-Community in New York ansässig ist. Und so hat man sich dann eben für diesen Ort entschieden. Ja, was gibt es da zu feiern? Ich meine, wenn wir uns mal den aktuellen Kurs anschauen, ich weiß nicht, was da für eine proper Party kommen soll, nachdem wir schon fast bei einem Dollar waren und jetzt wieder bei 50 Cent, trotz des Teilerfolgs vor Gericht. Was will Ripple da feiern? Wissen sie vielleicht schon mehr als wir? Wissen sie deshalb, dass die Party zu dem Zeitpunkt Sinn macht? Oder ist die Party vielleicht schon seit Jahren geplant und von daher hat man jetzt gar keine Rücksicht genommen auf irgendwelche Kursentwicklungen? Ja, wer weiß, das Internet ist jetzt voll von verschiedenen Theorien. Einige behaupten, vielleicht haben sie bereits irgendeine Art von Einigung in der Hand oder irgendeine Information, die sie vorab rausgeben werden, weswegen eine proper Party Sinn macht. Andere wiederum sagen, Humbug, die machen einfach eine Party, um irgendwie die Leute bei Laune zu halten. Ihr könnt mir ja immer gerne eure These in die Kommentare schreiben. Und last but not least, der Snapshot hat stattgefunden. Das Ganze wurde von Evernote bekannt gegeben. Diejenigen von euch, die XRP halten und die auf einem Hardware Wallet oder auf einem Wallet haben, wo sie eben selber die Keys halten, sollten qualifiziert sein. Das bedeutet, jeder von euch sollte dann irgendwann einmal sogenannte Evers bekommen oder anteilig Evers bekommen. Wie viele genau und so weiter und so fort steht noch in den Sternen. Man kann wohl im Explorer nachsehen, ob man welche bekommen hat. Ich habe mal geschaut, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht hingekriegt. Man muss wohl irgendwie hier in der Adresse auf Time Machine gehen und kann dann irgendwie herausfinden, wie viele man oder wie viel Anspruch man besitzt. Werde ich vielleicht mal bei einer ruhigen Minute machen. Aber was mir nicht so geil gefällt, ist gleich das hier. Ich meine gut, mit einem Geschenken, Gaul und so weiter. Aber warum gibt es noch keine Evers auf dem Konto? Ist ja nicht so wild. Aber jetzt kommen sie auf einmal um die Ecke mit. Also diese Information hätte man auch gerne mal vorher raushauen können. Ich meine, ist jetzt ja nicht wildes, aber plötzlich aus dem Nichts zu erklären, dass das Produkt noch gar nicht existent ist und erst noch was anderes existieren muss, was auch noch nicht existent ist. Hm, bisschen komisch auf jeden Fall. Naja, Freunde, das war auf jeden Fall meine verhältnismäßig ruhige, aber durchaus interessante Woche. Schreibt mir gerne mal, wie ihr zu dieser ganzen Party hier steht und was ihr sagt zu Elon Musk und seiner Plattform X. Hat Stella vielleicht eine Chance? Wie gesagt, wenn ihr euch für den Deep Dive interessiert, findet ihr den Link zum Patreon und auch mittlerweile über 100 Bonus-Videos. Eben auch dieses Video, wo es um XLM geht. Also, ich freue mich schon auf euren Besuch, wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Für alle, die Bock haben, schaut gerne gleich nochmal rein. Ich werde jetzt direkt, sobald ich hier auf Stop drücke, das Video starten und die Reaction aufnehmen. Hierzu gucken wir uns mal an, was der gute Band zu erzählen hat. Und für alle, die noch nicht reingeschaut haben, zum einen gibt es den zweiten Krypto-Logo-Quiz-Teil. Nachdem ihr euch beim ersten Mal beschwert habt, dass das so einfach wäre, habe ich jetzt schon gelesen, ganz schön schwer. Mal sehen, wie gut du dich schlägst bei den 15 Logos. Diesmal ist es wirklich sehr tricky. Und ich habe eine Reaktion auf Sunny Decree rausgehauen, der der Meinung ist, ich sage jetzt mal so ganz salopp, XRP ist ein Shitcoin und ist absolut sinnlos und keiner wird sich jemals dafür interessieren aus dem und dem Grund. Ich habe mal darauf reagiert und wirklich ganz genau erklärt, was ODL ist, wie XRP funktioniert und warum die Banken sehr wohl riesige Vorteile haben bei dem Ganzen. Also schau dir auch gerne das an. Ansonsten bin ich für heute raus. Wir sehen uns sicherlich gleich wieder. Ansonsten bleibt mir gesund, ihr Lieben. Startet gut in die neue Woche und bis bald. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.